Mit einem guten Gefühl hin, wir haben gut gespielt, Samstag finde ich, und das sollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke, als Fußballer lebst du für solche Spiele, du kannst dich für die Champions League qualifizieren und du musst einfach eine riesige Arbeit aufliefern, aber ich denke schon, wir haben schon den Vertrauen, das wir machen. Du hast am Samstag gespielt, das erste Mal für IBE. Wie war das? Bist du zufrieden mit deinem Auftritt? Als Verteidiger wirst du immer den Null halten, das war positiv. Wir haben 4-0 gewonnen, haben viele Tore geschossen, viele Chancen gehabt und das war ein guter Einstand für mich. Jetzt gucken wir nach vorne und morgen voll der Fokus darauf, was uns zukommt. Du hast schon Erfahrungen im Maracanã, hast du dort schon gespielt mit dem 1. FC Köln. Auf was für ein Spiel kann man sich freuen? Es wäre auf jeden Fall ein heißes Klima, aber ich denke nicht, dass die Jungs nie so etwas probiert haben früher. Es ist klar, dass das eine tolle Stimmung sein wird, aber das müssen wir nur positiv nutzen, nicht negativ. Also ich denke, da können wir uns auch pushen, dass sie dann alle gegen uns sein und das werden wir hoffentlich dann positiv nutzen. Ja, wir gehen mit diesem Gefühl zu 100% gewinnen. Und für uns ist es ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Am Samstag bist du eingewechselt worden, hast dann sofort den Penalty geschossen. Du bist heiß, du willst unbedingt Tore schießen. Ja, ich will alles für die Mannschaft machen. Für mich ist es ein unglaublicher Moment. Ich muss weitergehen. Vor zwei Jahren hast du schon einmal in Belgra gespielt, damals noch gegen Partisan, jetzt gegen Roter Stern. Kann man die Spiele vergleichen? Nein, das Spiel ist nicht gleich. Für mich ist es ein anderes Spiel und andere Fans und andere Stadions auch. Für mich ist es ein anderes Spiel. Wir sehen uns. 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 Das war's für heute.